Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Titanfall. So, wir müssen jetzt den Weg in unsere Basis zurückfinden. Wir nehmen hier mal ein bisschen Energie gleich noch mit, weil ich weiß ja nicht, was hier noch alles kommt jetzt. So, okay. Gehen wir mal hier durch. Ich hoffe mal, hier geht es weiter. Aber wir müssen doch eh eigentlich gleich hier rauskommen, oder? Genau. Aber ich denke mal, dass hier... Andere Treffen kommen. Und da geht's. Okay die Scheiße, nimm die hier. Anomalie festgestellt. Möglicherweise ein feindlicher Titan. Achtung, IMC Bodeneinheiten. Ich möchte jemanden befördern. Und ich will jemanden töten. Ihr habt die Wahlwege Seinbund. Und jetzt tötet den Kerl. Ich halte der Werke an Kasse gesichtet. Greife an. Lass ihn hier nicht lebend raus. Es sind mehrere Titan, oder was? Okay. Lass ihn hier. Dafür wird's schallst du. Jetzt wirst du filetiert. Na wo du du, Ega? Ja. Boah. Auf Wiedersehen. Okay, das ist ein Boss jetzt. Richter. Ach du Scheiße. Na komm, zeig mal was du kannst du... Schlingel du. Und derahn töten, du Idiot! Sprengsystem bereit! Sprengsystem aktiviert! Wozu ergebreakert ist. Das ist die Bescheid, armselige Ablauf. Jetzt stirbst du so Penzling. Voll dann eben geballert. Du sagst, du wirst auf Wiedersehen, Baby! Bäm, bäm. Okay, Leute. Ich muss sagen, der ist down, der Richter. War jetzt aber auch nicht so schwer, muss ich sagen. Aber BT raucht schon ganz schön. Los! Ja, Sir. Übertragungssequenz aktiviert. Es funktioniert. Signalstärke bei 25 Prozent und steigen. 60 Prozent. Sieht gut aus. Gleich haben wir es. 80 Prozent. Maximale Signalstärke erreicht. Wir können jetzt senden. Datenstrom wird übertragen. Warte auf Antwort. Hoffen wir, dass da oben noch wer ist. Hier ist Commander Sarah Briggs, Baron Dirk, Uhr, der Miliz S.R.S. Identifizieren Sie sich. Commander Briggs, hier ist BT-7274. Protokoll 2. Mission fortsetzen und flotte der S.R.S. Einheit. Die Mobil ist der Sound- und Mikrofonqualität. Alles synchron. Wir empfangen gerade eure Daten. BT-7274. Laut Datenrekorder ist ein ursprünglicher Pilot im Kampf gefallen. Korrekt. Captain Ty Lestimoser wurde im Einsatz getötet. Ich bin jetzt mit einem Interimspiloten verbunden. Schütze Jack Cooper. Warte mal. Lestimoser dich mit einem Schützen verlinken? Ja. Er hatte keine andere Wahl. Ich verstehe. Wir werden dir einen qualifizierten Piloten zuteilen. Einwand. Cooper ist mein Pilot. Unsere Kampfeffizienz liegt mittlerweile bei mehr als 90 Prozent. Rapide Verbindung beizubehalten. Du hast Glück, dass wir mit dem Rücken zur Wand stehen, BT. Erlaubnis erteilt. Habt ihr doch nicht so, Mensch. Das ist großes Lob von einer Maschine, Cooper. Dank ihrer Scans der Lade konnten wir ihre Signatur zu einer IMC-Basis hier auf Typhon zurückverfolgen. Wir haben nicht viel Zeit. Gehen wir. Okay, alles klar. Feuerprobe. 600 Kilometer in der Wechsel des Zinders. Annäherung an die Lade. Die Städte ist ganze Welten zu zerstören. Aber ohne ihre VG-Quelle, die Lade ist dir wirkungslos. Wir müssen die Lade bergen, bevor sie die Luftwaffenbasis verlassen kann. Parada Corps, Waffen einsichern. Bereit nachs Verteidigung vor Ort. What the fuck? Wow. Geile Sache. Geil, geile, geile. Geil, geile, geile. Geil, geile, 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 geile. Wir haben hier Reaper. Anti-Sieben, gehören ihn! Stopp, nur aufpassen. Was ist das? Was ist das? Sprengen Sie aus dem Bereich. Sprengen Sie aus dem Bereich. Weiter, der Schild kann jeden Moment abnehmen. Feindheiten zerstört. Häng 4, drauf in die Vorderung. Da werden die Geh holen hier. Gehen Eingang. Platzflicker. Ich brenne ja doch in dem Feld. Der Schild auf der Stasi. Die Bauten sind in der Stasi. Sprengen Sie aus dem Bereich. Sprengen Sie aus dem Bereich. Ein hätten zur Stirn. Die Längensystem aktiviert. Eine andere Waffe neben hier. Die Längensystem aktiviert. 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 Bäm. Okay, da wollte ich wohl ein bisschen zu viel auf einmal. Ich hoffe mal, dass wir nicht wieder ganz von vorne spawnen. Okay, das geht noch. Die Längensystem aktiviert. 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 Los, los, los! Zeiten der Wenger-Klasse in Sicht. Ein Glückspreffer. Das schaffst du nicht auf, Mann. Flugsystem angeboten. Flugsystem offline. Flugsystem offensicht. Flugsystem offensicht. Flugsystem offensicht. Gleich wollen wir ein bisschen aufrufen. Flugsystem offensicht. So Boah, sie gehört doch zu mir, ey. Wir müssen das Schild erreichen, bevor es schlagen. Zeit, ausscheiden, Pilot. Bewegung, Pilot. Die Liegzeit sind nicht. Greife an. Okay. Dann kämpfen wir eben. Das war nur ein Glückstreffer. Stabschuss, Helos. Weiter jetzt. Ich bin getroffen, aber nicht der Rede wert. Ich bin getroffen, aber nicht der Rede wert. Flugsystem offline. Ich möchte mich irgendwo ein bisschen heilen. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen, wie ich hierinende miche. Ich bin, ich bin, ich bin festgelegt. Ich bin, ich bin, ich bin. Das ist nicht in Ordnung. Überhaupt nicht. Kittischer Stärkung. Warnbar und Feindheiten zerstört. Nichts Idiot. Rechte unbedingt um so eine Heilung hier. Das ist jetzt schon ein bisschen kritisch. Ah, da vorne ist Heilung. Da vorne ist ein Abholpunkt. Na los, Pilot, folgen Sie mir. Los geht's. Bereit nachher Pilot. Es geht nach oben. Das war der einfache Teil. Sie leisten gute Arbeit, Cooper. Wenn's nach mir geht, haben Sie Ihre Pilotenlizenzen. Dankeschön. Erledigt wir das Ding und ab nach Hause. Ich habe einen alten Leiter gefunden. North Star. Was ist das? Minimum feindlichen Titansel näher ankettet. Erzeugt bei einem anderen Explosion. Wir haben noch zwei Kinder abzufangen. Vorwärts, vorwärts, Feind im Anmarsch. Wir haben noch zwei Kinder abzufangen. Ein Flugsystem aufladen. 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 Oh, ein Preilung! Wir dürfen nicht zulassen, dass dieses Schiff mit der Lade abheben. So. 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 Okay, wir werden euch zermatschen hier. Okay, Energie ist auch wieder voll. Sehr schön. Alles klar. So, wo sind wir denn hin? Der muss doch oben lang, oder? Wahrscheinlich. Wir nähern uns den Drakonis. Weiter! Ich bin der Drakonis. Flugsystem offline. So, Energie ist auch voll. Er macht schon viel Schaden, aber muss nicht lang aufladen, das ist ein bisschen ein Nachteil. Aber okay. Oh, das wollte ich nicht, Entschuldigung. Wir haben nicht viel Zeit. Wir haben nicht viel Zeit. Flugsystem offline. Feintreffen zerstört. Keine Sorgen sind gut. Andritt. Kumpenschaden festgestellt. Keine, kommen Sie auf! Kumpenschaden festgestellt. Kumpenschaden festgestellt. Keine Sorgen, Warnung! 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 Kumpenschaden festgestellt. Kumpenschaden festgestellt. Flugsystem bereit. Schlafkostvolle abgeschlossen. Alle Systeme bereit. Die Stadt, los zu dem Schiff! Sie dürfen nicht bekommen! Schnell zur Landwehr! Blisky ist Sloan. Die Lade ist unterwegs. Ab jetzt übernimmt Viper. Wir sehen uns in Kürze. Auf mein Schiff, wir folgen ihm! Bis zum nächsten Mal! Ciao, ciao! Euer Andy! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Tschüss!